Ach so. Ich hätte noch die... Ah, ich bin spät. Was ist das jetzt? Äh, die sind ja schlimm hier. Ja, die können auch klettern. Können wir hier, glaub ich, mal an dem Zaun ein paar Fackeln gleich mal dran machen? Ja, ich will die ganze Umgebung mal ein bisschen ausleuchten später. Ja. Weil so wird's nervig irgendwann. Komm, du stirbst sowieso. Was willst du denn von mir? Neko! Neko! Wut? 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 Blöder Hund! Ja! Aber jetzt kommen noch mehr. Auch ein Spinnenreiter. Oh oh. Ich mag keine Spinnenreiter. Ich mag keine Spinnenreiter. Ich mag keine Spinnenreiter. Macht euch nackig! So boah, ich ich hätte nix mert zu holen, ne? Alter... Von welchen Seiten überall. Das ist doch in Ruhe. auf björn skelett nach kippa hinter dir aber doch nicht gut aus leicht gefedert musste viel einstecken gerade habe ich immer noch ein bisschen aber ich habe doch auch ins kind an er musste ich habe ich und siehst du doch den skin nein sind skin sich eben nicht das ist irgendwas rotes was rotes ist ja witzig warum ist sogar nix immer noch meine standards mein standard skin komisch komisch die menschen ja scharf die kannst du nicht mit denen die wolle klauen du machst die immer nackig die frieren doch irgendwann neue körperkultur nenne ich das fkk sag doch das wolltest du nur ne genau fast schon gedacht dass du fkk willst so jetzt gucke ich bei den schacht zu wie denn die volle mehr wächst jawoll ok das geht hier runter das geht runter dann können wir einfach mal hier so lang bauen da die da runterfallen können wir das ja hier machen zack. zack 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 schau, wie weit er hier noch einbuddeln muss ah da ist ende würde ich noch spinnen dann kann man nicht sehen die kühe was sind mit der schere leder über wegziehen das ist dann auch immer noch auf jeden fall hat auf jeden fall daumen hoch verdient deswegen schon allein richtig respekt war noch mal sechs wolle da kann ich das glas verboten ist schön ja machen aber kann ich noch bauen zwei reichen so schön stündchen um so schnell geht's ja an die wollen wir noch eine jetzt sind wir hoffen dass es passt hier ist ja immer die mitte da 1 2 3 4 5 6 7 8 und schon wieder eisen so sind damit das passt das passt das passt kann man ja noch ein paar dritten plappen machen 1 2 mal machen zum opfer ja ok so brauche ich ja nicht machen soweit überlegen überlegen nehmen wir den mal weg dann reicht es doch auch eigentlich ja das reicht doch auch ich glaube schon sinnvoll 8 auch her macht euch nackig 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 ähm da war doch richtig nippstack es verwirrt mich gerade so ach nur da zu weit abgebaut und dann können jetzt alle runterfallen und fertig kommen die kommen die alle runter ein tiefer noch jetzt gehen wir wieder nach björn nach oben wenn ich gerade viel wolle warte ich hier bekommen habe wolle 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 jetzt bin ich von der jangweil welche reingeschmissen ja ich habe aber schon meine hier muss ich auf jeden fall ausleuchten ja ich hatte die fackeln gegeben habe aber meine 64 auch schon verbraucht weil ich die ganze umgebung ausgeleuchtet habe vorerst erstmal einfach verglasung oder dicke baukletze das kannst du entscheiden ich will jetzt wissen nein nein hier komme ich raus oh okay ein bisschen weit Kohle ist da oben super nehmen wir gleich alles jetzt habe ich da fackeln wir noch wie habe ich hier glaube ich falsch weil er wird verbaut weil er wird da auch irgendwas habe ich da vor uns war das nicht gedacht oh da ist graue Wolle ne mhm austauschen ja das musst du leider machen ich habe keine Wolle noch nicht habe ich Wolle achso ich wollte mir mal ein paar weg da doch da weg oh treppen machen schon mal was ist denn war was ist denn für die Viecher wer ist scharf hat gewischt dann verprügel es einfach dann hat sie es verdient so wir machen da ist wo ist denn der Boden drin der Boden ist schon mal ein tiefer okay hier ist der Boden dann Decke eins zwei drei vier okay plus 10 so nur bis dahin kann man nicht vom Keller hier unten hingehen und dann ist alles gut was wie wo was warum weshalb achso ne in diese Monster Farm wenn sie funktioniert müsste da irgendwie hinkommen da kannst du ja hier von unserem aus das hatte ich vor meine kommt das was der denn hat sie ist denn ich war nicht wie dann so einer komischen Hülle drin hier und Kohle Kohle ist immer gut nicht nur Holzkohle sondern die echte Kohle ja ja einfach Bären schuld ja na na ist es ja immer ja ja ne ich nicht ja ja warum ich denn also musst du es ja sein ist doch einfacher für mich da müssen die sagen die Leute nicht ich was da muss ich mich nicht darum ärgern die zeigen alle mit den Fingern auf mich ist aber rei ja aber bitte Handschuhe anziehen weil mit den Fingern ne ja das ist immer dann so ne Sache ne meine Güte du blöde Fledermost geh doch jetzt einfach sterben Mensch ergerst mich den ganzen Tag schon hier drunter hier könnte ich auch noch mal schön hier runter da wieder hin treppenstufen kann er überlegen entweder geht man von hier runter ja jetzt kommt die größte Überlegung Trommel wir heute trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr So und von hier kommt man dann in den Keller und fertig. Kein großen Aufwand, alles schick und keiner beschwert sich. So, Björn sagt nachher, na? Das brauchen wir nicht. Ich habe gleich Geschenke für dich, ganz viel Erde wieder. Die keiner haben will. Das ist die Decke. Nein. Nein. Ich bin doch blöd. Ich habe dich doch gerade noch gesehen. Mich? Ja, du warst doch hier auch gerade unter der Erde. Ja, bin ich auch. Warum? Warte. Irgendwo ein Klappen. Warum? Ah. Tief. Hi. Ah. Ist das eine Nummer zu tief? Nein, warum? Ich finde die Tiefe ganz schön, die ich habe. Kann man hier schön den Boden rein machen. Ja, also ich bin jetzt ein noch zu tief. Also wo ich jetzt draufstehe, das ist Boden. Ja, wo ich jetzt draufstehe, ist schon Boden. Okay. Oh. Das heißt, da bist du dann genau richtig. Dann bist du genau richtig. Hier, wo ich, also das müsste jetzt, wenn ich jetzt, da wo die Fackel ist, kommt noch ein Boden rein. Oder wo das... Nein, dann bist du ein zu tief. Oh, das ist doch blöd. Ja, das ist. Dann gehe ich noch ein Höher. Moment. Ich bin noch Treppenstufen. Ja. 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 Ja.